Musik Marie von Felseneck Die Silberglöckchen Gelesen von Jasmin Stab In einem weltfernen Land herrschte vor vielen, vielen Jahren ein mächtiger König namens Brunolf. Er wohnte in einem stolzen Schloss, das am Ufer eines blau schimmernden Sees lag. Aus weißen Marmorsteinen war das Schloss erbaut, und wenn am frühen Morgen die Sonne aus den pläulich schimmernden Fluten des Sees auftauchte, da schickte sie ihre ersten Strahlen nach dem silberglänzenden Marmorpalast. Aus dessen polierten Wandflächen sie, gleich wie aus einem riesigen Spiegel, zurückstrahlten. Weite Gärten, in denen die allerschönsten Blumenblüten und hochragende Bäume standen, erstreckten sich meilenweit in das Land. Auch in die kristallhellen Fenster des Schlosses schauten die neugierigen Sonnenstrahlen. Der Anblick war aber auch gar zu köstlich, der sich ihnen dortinnen darbot. Besonders die Pracht und Schönheit des großen Thronsaales bewunderten die Sonnenstrahlen. Da strotzten die Wände von Eitelgold, die Fußböden waren mit purpurnen Teppichen belegt und gar der Königsthron selbst, der war mit Brillanten, Smaragden und Rubinen geschmückt. Wie das leuchtete, glänzte und blitzte. In den Schatzkammern, diese Nachricht hatten die Sonnenstrahlen von den nicht immer glaubwürdigen Schlossfliegen erhalten, sollten große Kisten gefüllt mit Edelsteinen und Schränke voll goldener und silberner Gefäße stehen. Und im Pferdestall, der mit seinen Türmchen und hohen Portalen selbst wie ein kleines Schloss aussah, standen die edelsten Rassepferde an silbernen Krippen und ließen sich das duftige Heu von den blumenreichen Hofwiesen schmecken. Kurz, König Brunolf war unermesslich reich. Deshalb pries alle Welt König Brunolf als den glücklichsten Mann im ganzen Königreich. Und die Sonnenstrahlen, die gleich den meisten Menschen nur nach dem äußeren Schein urteilen, pflichteten ihr bei. Dennoch war der reiche König nichts weniger als glücklich. Sein Herzenswunsch, einen Sohn zu besitzen, war ihm vom Schicksal versagt geblieben. König Brunolf hatte nur ein einziges Kind, eine Tochter, die liebliche Frigga, so genannt nach der sieben schönen Frigga, der Gemahlin des mächtigen Gottes Fürsten Odin. Prinzessin Frigga klich ihrer himmlischen Namensschwester an Schönheit des Körpers und an Güte und Milde der Seele. Dennoch vermochte der Anblick seiner lieblich heranblühenden Tochter, König Brunolfs Herz nicht zu befriedigen. Eines Nachmittags betrat König Brunolf sein Zimmer. Mit einem schweren Seufzer ließ er sich von seinem Kammerdiener den rotsamtenen Königsmantel von den Schultern nehmen. Die goldene Krone setzte er höchst eigenhändig auf einen goldenen Tisch. Das Regieren ist doch eine angreifende Sache, flüsterte der König vor sich hin. Dann gähnte er und dabei blickte er seitwärts in einen deckenhohen Kristallspiegel. Mit ernst gestalteter Stirn betrachtete der König sein Spiegelbild. Dann schüttelte er das Haupt. »Ich werde alt und grau«, murmelte er, »die Königskrone drückt mich, ihr goldener Reif schneidet mir tief in die Stirn. Früher empfand ich ihre Last nicht, aber« Hier seufzte der König nochmals schwer auf. »In wessen Hände soll ich meine Krone, meine Macht einst legen? Wo besäße ich einen Sohn, einen Erben meines Reiches?« setzte er Sehnsucht erfüllten Herzens hinzu. Eine Weile starrte der König gedankenvoll vor sich hin. Dann ließ er sich in seinen Sorgenstuhl fallen. Hier hatte er schon so manches Mal gesessen und gekrübelt. Im Schloss aber war es sehr still. Die Minister, Hofdamen und Edelherren hatten sich in ihre Gemächer zurückgezogen. Selbst drunten in der Hofküche schnarchte der dicke Hofkoch mit seinen Küchenjungen um die Wette. Zu den offenstehenden Fenstern des Königszimmers drang eine heiße, einschläfernde Luft herein. Der König blinzelte erst mit den Augen. Dann fielen sie ihm zu. Sein Haupt sank tiefer in die weichen Samtkissen und er schlummerte ein. Alsbald schwebte und flatterte es zu den Fenstern herein. Kleine, zierliche Elfen, Männlein und Weiblein. Sie trugen lila Kleidchen mit Perlen und Edelsteinen verziert. Von den Köpfchen der Elfenweibchen weilten Spinnenwebfeine Schleier hernieder, die mittelst goldener Spangen gehalten wurden. Mit ihren Schleiern wehten sie dem schlafenden König Kühlung zu, bis seine Augenlider fest geschlossen waren. Er atmete leise und ruhig. Die Elfenherren bildeten einen Ringelreigen um den Schläfer. Sie hoben sich, bogen ihre zierlichen Gestalten und schwebten in graziösen Tanzschritten dahin. Dazu erklang leise und sanft eine ferne, liebliche Musik. Zierliche Elfenweibchen kletterten behend auf die Knie und Schultern des Königs. Und das allerschönste Elflein neigte sich an sein Ohr und flüsterte. Schlaf, mein König, schlafe du. Schließe deine Augen zu. Höre, was der Elfenkunde bringt. Was vom Wald herüberklingt. Bald naht die Zeit, die frohe Zeit, dein Herz wird frei, dein Herz wird weit. Den Heerenhelden, den Königssohn, den Erben deiner goldenen Kron. Im Wald wirst du ihn finden, im Tal der sieben Linden. Schlaf, mein König, schlafe du. Schließe deine Augen zu. Als König Brunolf gegen Abend aus seinem Schlummer erwachte, fühlte er sich wunderbar gestärkt. Bei der Abendtafel scherzte er mit Prinzessin Friga und strich ihr liebkosend über den blonden Scheitel. Morgen gehe ich auf die Jagd, da werde ich dir etwas extra Schönes mitbringen. Wirst Augen machen, so groß wie Mühlräder. Eine goldene Kette oder ein zahmes Waldhäschen? fragte Friga neugierig. Aber der König lächelte nur geheimnisvoll und schwieg. Und jetzt, Mundschenk, bringe mir ein Glas schäumenden Weines. Ich trinke auf die Erfüllung meines höchsten Wunsches. Hell klangen die Gläser. Dann hob König Brunolf die Tafel auf und schritt Prinzessin Friga den Arm bietend aus dem Saal. Erstaunt blickte die Hofgesellschaft dem König nach. Seine Majestät geruhten sehr heiter zu sein, flüsterte Kammerjunker von Windhund. Haben Sie gehört? Seine Majestät beliebt zu scherzen. Etwas Schönes aus dem Wald heimbringen. Was sollte das wohl sein? Nun, Sie müssten es doch wissen, Graf neunmal klug. Sie hören doch das Gras wachsen und die Mücken niesen. Mit wichtiger Miene und steifer Würde verneigte sich der Graf, während der lustige Kammerjunker ihm lachend nachblickte. Es war früh vor Tag und Tau, als schon die Jagdhörner zum Aufbruch mahnten. An der Spitze einer glänzenden Gesellschaft ritt König Brunolf aus dem Schlosshof. Von der Altane ihrer zierlich eingerichteten Stube blickte Friga den rotbefragten Reitern nach. Wie stolz bewegten sie sich, die edlen Rassenpferde. Mit freudigem Wieren begrüßten sie den schönen Morgen. Friga seufzte ungeduldig auf. »Weshalb bin ich nur ein Mädchen, dem Sitte und Anstand die Teilnahme an einem fröhlichen Jagdausflug verbieten?« grollte sie, ihren feinen, flechtengeschmückten Kopf hängenlassend. Doch bald blitzte es schalkhaft aus ihren blauen Augen, und rasch und behende schlüpfte sie hinab in den Spiegelsaal, so genannt, weil seine Wände ringsum aus riesigen Spiegelscheiben, an denen sich Gerlanden von Porzellanplumen entlangzogen, bestanden. Mit zierlichen Trippelschritten eilte Prinzessin Friga über den plankpolierten, getäfelten Fußboden. Inmitten des Saales stand sie dann lauschend still, und ein halbseliges, glücksstrahlendes Lächeln hüpfte über ihr liebliches Antlitz. Niemand hatte sie bemerkt. Sie war allein, ganz unbeobachtet allein. Ihre schon bejahte, etwas korpulente Oberhofmeisterin, Gräfin Alten hatte sich in ihr Privatzimmer zurückgezogen, um dort ein ungestörtes Vormittagsnickerchen zu halten. Diese günstige Gelegenheit beschloss Friga auszukosten. In dem wohnigen Gefühl, endlich einmal der strengen Etikette entwischt zu sein, war Friga beide Arme sehr wenig etikettenmäßig in die Höhe und stieß einen lustigen Jubelschrei aus. Dann, als sie sich dadurch vergewissert, dass sie auch wirklich und wahrhaftig allein sei, schlitterte sie wie ein richtiges Straßenkind über das spiegelglatte Parkett des großen Saales. Hui, wie ihr dabei die blonden Flechten um das rosig erklühte Gesicht flogen, wie blitzten und flammten die blauen Augen. Solche Momente uneingeschränkter Lust waren leider selten im Leben der Prinzessin. Und sie war doch noch so jung. Friga zählte erst 16 Jahre. Andere Mädchen ihres Alters durften noch ohne Hut und Handschuhe in den Garten, ja, hinaus in den Wald laufen. Die Prinzessin musste, so wollte es die strenge Etikette, feierlich und abgemessenen Schrittes neben ihrer Oberhofmeisterin durch die langweiligen, schnurgeraden Gänge des Parks stolzieren. Kein Schritt links oder rechts vom Weg ward ihr erlaubt. Deshalb war die Prinzessin so fröhlich und glücklich, endlich einmal ein Stündchen der lästigen Etikette und deren noch unduldsameren Hüterin, der Gräfin Alten, entwischt zu sein. Doch bald gab Friga das Schlittern auf, und nun bewunderte sie ihr eigenes Bild, das ihr aus den deckenhohen Spiegeln entgegenstrahlte. Freilich, Prinzessin Friga konnte sich sehen lassen. Sie war fein und schlank wie eine Elfe gewachsen. Sie hatte ein Gesicht wie Milch und Blut. Ihre Augen glichen Saphiren, und ihr Mund war purpurrot und glich einer reißen Herzkirsche. Die Prinzessin neigte und drehte sich vor den Spiegeln, denn sie war, wie alle jungen Mädchen, ein wenig eitel. Aber das schadet gar nichts. Ein junges Mädchen kann eitel sein, nur darf diese erlaubte Eitelkeit nicht in albernen Hochmut und in maßlosen Stolz auf ihre knospende Schönheit ausarten. Nachdem nun die Prinzessin sich eine Weile an ihrem Anblick gelabt, fuhr ihr ein neuer Plan, ihre goldene Freiheit zu genießen durch das Krausköpfchen. Sie schlitterte nach der Tür und huschte wie ein leises Kätzchen nach einer hinter einem alten, breiten Kamin versteckten Holztreppe. Diese schmale, düstere Holztreppe hatte Frigas Neugierde schon längst erregt. Alleinkräfin Alten hatte ihr mit strengen Worten jede Nachforschung über die geheime Treppe untersagt, denn kleine Kinder und junge Mädchen brauchen ihre kleinen Näschen nicht in alle Dinge zu stecken. Die Dienerschaft mochte Frigas nicht danach fragen, denn sie war doch immerhin eine Prinzessin. Heute nun lagen die Dinge anders. Die gestrenge Hüterin der Etikette schlief, also »Frisch ans Werk, der Weg ist frei!« Mit diesen Worten ermutigte sich Frigas, denn die Treppe war sehr steil und sehr schmal und schien seit Olims Zeiten nicht gefegt worden zu sein. Dichter Staub wirbelte unter Frigas Schritten auf, deshalb nahm sie den Saum ihres weißen Schleppkleides hoch, damit der später nicht zum Verräter werden konnte. Von Zeit zu Zeit hielt die Prinzessin im Steigen inne. »Ist das aber hoch, ich müsste schon längst in der obersten Spitze des großen Turmes angelangt sein,« überlegte sie, als auf einmal ein eigenartiges Singen und Klingen an ihr Ohr schlug. Das klang so lieblich und fein, wie es Frigas noch niemals vernommen. Dazwischen mischten sich tiefe, volle Basstöne wie fernher krollender Donner. Gelockt von dem geheimnisvollen Singen und Klingen stieg Frigas weiter, aber endlich war die Welt vor ihr, im engsten Sinne des Wortes, mit Brettern vernagelt. Frigas konnte nicht mehr vorwärts, ein Holzverschlag hemmte ihren Weg. »Wie dumm, ich wäre so gern dem geheimnisvollen Singen und Klingen auf die Spur gekommen,« dachte Frigas. Dabei bearbeitete sie mit ihren kleinen Fäusten unbarmherzig den Holzverschlag. Plötzlich gab es einen Knacks, ähnlich dem Abschnurren eines Uhrwerks, und der Holzverschlag klappte mitten auseinander. Eine schmale Öffnung wurde sichtbar, kaum so weit, dass die Prinzessin eben hindurchschlüpfen konnte. Hochaufatmend blieb sie wiegebannt stehen. Ihre Überraschung war leicht begreiflich, denn sie befand sich plötzlich in einem altmodisch eingerichteten Stübchen, an dessen einzigem Fenster ein altes, verschrumpeltes Weib saß. Neben ihr auf einem Holzgestell hingen glänzende Glöckchen, von allerlei Größen. Hier gab es Glöckchen so klein wie ein Fingerhut und ebenso Glocken so groß wie eine Kirschenglocke. Mit ihren hageren Händen bewegte die alte Frau die Glöckchen, die jene seltsamen, schönen Klänge hervorbrachten. Voller Neugierde betrachtete die Prinzessin die alte, sonderbare Frau. »Wer bist du?«, fragte sie, nähertretend. »Wie kommt es, dass ich dich noch niemals gesehen habe?« Die alte Frau lachte und wiegte bedächtig ihr Haupt. »Wer ich bin? Ich bin die Turmalte. Unzählige Jahre bewohne ich das Turmstübchen. Menschen, Geschlechter kamen und gingen. Ich blieb. Dein Vater besucht mich oftmals. Er schätzt meinen Rat«, erwiderte die Turmalte, ohne ihr Glockenspiel zu unterbrechen. »Deine Glöckchen lockten mich hierher. Willst du mich lehren, auch so schön zu spielen?«, fragte Frigger voll Staunen das Gebaren der Alten verfolgend. »Ach so, sieh einmal an, spielen willst du lernen. Dies könnte jeder wünschen.« »Aber ich langweile mich so oft, gute Frau. Und wenn Papa sich zum Regieren einschließt und Frau Oberhofmeisterin ihre Nickerchen hält, dann bin ich ganz allein und einsam. Wenn ich spielen könnte, würde ich mir damit die Zeit vertreiben. »Du musst arbeiten.« »Arbeiten? Aber das schickt sich doch nicht für eine Prinzessin.« »Ei, seht an, wie klug das Mäulchen plabbert. Arbeiten müssen alle Menschen. Dazu ist keiner zu hoch oder edel geboren. Dein Vater, der mächtige König, arbeitet auch. Nur wer ein langes, arbeitsames Leben hinter sich hat, der darf dann ausruhen.« »Ja, aber...« Bei den letzten Worten war das Königstöchterlein an das Fenster getreten. Ein Schrei der Überraschung löste sich von ihren Lippen. »Wie hoch bin ich gestiegen! Und wie klein und unanselig sehen von hier oben die hohen Parkbäume aus! Und was für kleine Würmchen dort unten hin und her kriechen! Ach!« Hier klatschte die Prinzessin Frigga vor Seligkeit in ihre Hände. »Solch ein Würmchen möchte ich haben!« »Natürlich! Alles, was ihr beliebt, möchte die Prinzessin haben. Doch blicke schärfer hin! Das sind keine Würmer. Das sind Menschen, Frauen und Männer, die ihren Geschäften nachgehen. Hier, schaue durch dieses Glas!« Frigga nahm die runde Glasscherbe, die ihr die Alte bot, und hielt sie vor das rechte Auge. »Ach, wie herrlich schön!« rief sie begeistert aus. »Ach, dort drüben liegt der See! Und dort! Ach, seht nur, gute Frau! Soeben stößt ein Nachen vom Ufer, und darin sitzt der Fischer Heinz!« vollendete die Turmalte. »Hinter dem hohen Felsenvorsprung steht sein dem Einsturz nahes Hütchen.« »Der Fischer Heinz«, wiederholte Frigga träumerisch. Dann faltete sie bittend ihre kleinen Hände. »Bitte, erzähle mir mehr von dem Heinz! Ich will!« fuhr die Prinzessin auf. Ihre kleinen Füße stampften ungeduldig den Boden. »Gemach, gemach, Prinzessin! Man darf nicht so hastig sein und seinen Wünschen die Zügel überlassen. Selbstbeherrschung üben ist eine königliche Tugend. Der Heinz ist... Weshalb brichst du mitten im Satz ab? Weil... Weil kleine Kinder nicht alles zu wissen brauchen,« erwiderte Barsch, die alte weißhaarige Frau. Frigga zog einen Schmollmund. »Du bist garstig und redest gerade wie meine Oberhofmeisterin. Ich werde Heinz selbst aufsuchen,« erwiderte sie stolz, ihren Kopf hebend. Jetzt war Frigga jeder Zoll die hochgeborene Königstochte. Die alte Frau lächelte nachsichtig. Dann nahm sie aus einem Körbchen ein verkleinertes Abbild ihres Glockenspiels. »Hier, bewahre dieses Spiel, setze dich morgen Mittag, wenn die Sonne hoch im Zenit steht, an das Ufer des blauschimmernden Sees, und warte der Dinge, die da kommen werden. Doch jetzt gehe! Die arme Gräfin Alten ängstigt sich über dein Verschwinden. Sie hetzt Treppauf, Treppab, um ihr verlorenes Kleinod, die verschwundene Prinzessin, zu finden. »Geh, geh!« drängte die Alte. Frigga stand schon auf der Schwelle, als sie noch einmal zurückschaute. »Hab Dank für dein Geschenk. Ich besuche dich bald wieder. Leb wohl!« Die Tür schloss sich hinter Frigga. Sie presste das kleine Instrument fest an sich und schlüpfte wie ein Gelenkerskätzchen die Treppe hinab. Hochaufatmend erreichte sie, ohne bemerkt zu werden, ihre Stube. Als auch schon die Gräfin Alten, die gestrenge, schwer zürnende Oberhofmeisterin, erschien. Mit einem radgroßen Federfächer sich luftzuwedelnd, stand die Gestrenge hochrot im Gesicht auf der Schwelle. »Hoheit! Hoheit!« stammelte die stark asthmatische, korpulente Dame. »Wie konnten Sie mir diesen entsetzlichen Schreck antun? Bis zum Sterben habe ich mich geängstigt. Das ganze Schloss ward nach Prinzessin Frigga durchsucht, die Schlosswache durch alte Park und Gärten. Nirgend, nirgend war eine Spur zu finden. Ich bin beinahe halb tot,« schloss die geängstigte Oberhofmeisterin. »Na, na, Altenchen! Wer wird da gleich sterben? Ich bin ja wieder da, frisch und gesund wie ein Fisch im Wasser. Legen Sie Ihre Leichenvitamine ab, lassen Sie uns eine Schale Vanilleeis mit Schlagsahne auf den Schreck nehmen. Eis schlägt nieder, das beruhigt Ihre Nerven, Altenchen.« Von Prinzessin Frigga gezogen, schleppte sich Gräfin Alten durch den Spiegelsaal. Verstohlen blickte die Prinzessin in den Spiegel. »Dem Himmel sei Dank, mein Kleidersaum ist rein und sauber geblieben. Mein Abenteuer wird ohne Entdeckung und schlimme Folgen bleiben,« dachte sie, erleichtert aufatmend. Dann wendete sie sich zur Gräfin. »Und nun zum Vanilleeis. Ach, und Schlagsahne, meine höchste irdische Glückseligkeit!« Unter Hurra und Housa-Schreien, begleitet von den schmetternden Fanfaren der Hörner, begann die fröhliche Jagd. Altehrwürdige Buchen, breitausladende Eichen, zwischen denen das hellgrüne Laub der weißstämmigen Birken hervorleuchtete, nahmen die Jagdgesellschaft in ihre Schatten auf. Seinen Begleitern weit voran stürmte König Brunolf. Die frische Luft des Waldes rötete seine Wangen. Seine Sorgen und Kümmernisse schwanden. Wie befreit von schwerer Last atmete er auf. Mit blitzenden Augen verfolgte er das scheue Wild, und nur selten verfehlte sein Wurfspieß die ersehnte Beute. So im Eifer geriet König Brunolf immer tiefer in den Wald. Längst hatte er sein Gefolge hinter sich gelassen. Nur der alte Kasper, sein getreuer Jägerbursche, schritt ihm zur Seite. Die Zeit verging wie im Flug. Schon gemahnte die niedrig stehende Sonne den König zur Umkehr, als plötzlich ein zierlicher Rehbock aus dem Dickicht hervorbrach. Sofort erwachte die Jagdlust des Königs. Er vergaß Zeit und Müdigkeit und pirschte sich näher an das herrlich gebaute schlanke Tier. Bald war der königliche Schütze auf Schussweite herangeschlichen. Schon hob er sein tödliches Geschoss, als der Rehbock plötzlich mit einem gewaltigen Sprung in das Dickicht zurücksetzte. Dabei traf ein heller Sonnenstrahl den Kopf des Rehbocks. Der König staunte. Im Schein der Sonne funkelte zwischen den Geweihstangen eine zierliche, goldene Krone. Der Sonnenstrahl erlosch. Der güldene Schein schwand. Allein der Rehbock hatte das Zaudern des Jägers benutzt und war zwischen dem hier üppig wuchernden Unterholz verschwunden. Missmutig gab König Brunolf die Jagd auf, als ein weithin gellender Schrei, wie ihn ein Mensch nur in höchster Todesnot ausstößt, die fast unheimliche Stille im Wald unterbrach. Einen Augenblick lauschte der König. Dann durchbrach er beherzt eine Dornenhecke, die ihm hindernd in dem Weg lag. Wohl schlangen sich die üppig wucherten Zweige der Brombeeren um seine Füße, wohl ritzten ihm die scharfen Dornen Gesicht und Hände. König Brunolf achtete weder der Wunden noch Risse. Jener gellende Todesschrei jagte ihn vorwärts. Jenseits der Hecke erblickte er den Rehbock. Dieser verteidigte sich gegen einen mächtigen schwarzen Wolf, der sich in seinen schlanken Hals eingebissen hatte. Den Nickfänger ziehend warf sich König Brunolf auf den schwarzen Wolf, der, einen neuen Feind witternd, von seiner Beute abließ. Die rot unterlaufenen Augen der Bestie glühten im phosphoreszierenden Schein. Zähnefletschend setzte sich der Wolf zur Wehr. Dabei stieß das riesenhafte Ungeheuer ein fürchterliches Gebrüll aus, das an das Brüllen eines wütenden Stieres gemahnte. Der erste Stoß ging fehl. Vorsichtig erspähte König Brunolf nun eine ihm günstige Bewegung des Untiers. Wieder stieß er zu, und dieses Mal wuchtete der Hirschfänger dem Wolf zwischen die Rippen. Der Getroffene warf sich auf den Rücken und stieß ein höllisches Wutgeheul aus. In seinen Augen klimmte ein stechendes Feuer. Sein heißer Atem verwandelte sich in Dampf und blutiger Schaumtroff zwischen den Läfzen herab, während sich sein Leib in wilden Zuckungen am Boden wandte. Den König durchschauerte es eisig kalt. »Warte, ich will dir dein heulendes Maul schließen!« Er neigte sich tiefer herab, und sein blanker Stahl durchbohrte die Brust der Bestie. Ein strahlschwarzen Blutes schoss hoch empor. Die lange Zunge hing zwischen den Läfzen hervor. Der Wolf stöhnte wild auf. Er dehnte und reckte sich. Dann lag er still. Der Anblick des Wolfes erfüllte den König mit Grauen. Er verhüllte sein Antlitz. Nach einer Weile senkte er langsam die Hand. Unwillkürlich irrte sein erster Blick nach dem erstochenen Feind hinüber. König Brunolf rieb sich die Augen. Wachte oder träumte er. Drüben am Stamm einer mächtigen Linde lag lang hingestreckt ein Mensch. Wenigstens saß ein Menschenkopf auf dem mit Zottelhaar bedeckten Wolfskörper. »Ein Wolfsmensch, ein Wehrwolf«, stammelte König Brunolf. Ein gefährlicher Zauberer, deshalb auch. Er vollendete nicht, denn plötzlich flog ein Zittern und Beben durch den Leib des Ungeheuers, und König Brunolf traute seinen Augen kaum. Ein riesiger, schwarzer Vogel hob sich mit einem gellenden Schrei hoch in die Lüfte. Sein linker Flügel hing wie gebrochen herab. Im nächsten Augenblick war der Vogel zwischen den Baumwipfeln verschwunden. Jetzt, gedachte König Brunolf des Rehbocks, auch dieser war verschwunden. Nur niedergetretenes Gras und geknickte Fahren zeigten die Stelle an, wo der mörderische Kampf stattgefunden hatte. König Brunolf war ein tapferer Held. Aber jetzt, zum ersten Mal, bemerkte er schaudernd, dass er sich allein in dem unheimlich rauschenden, von Dämmerschatten erfüllten Wald befand. Auf den Ruf seines Signalhorns erschien Kaspar mit schreckensbleicher Miene. »Gnädiger Herr, schnell, folgen Sie mir! Hier ist es nicht geheuer! Hier im Tal der Siebenlinden treiben böse Geister ihr Unwesen«, stammelte er. »Das Tal der Siebenlinden«, wiederholte König Brunolf, der jetzt durch Kaspars Worte an seinen Traum erinnert wurde. »Dort sollte ich den Erben meiner Krone finden?« Kopfschüttelnd folgte der König seinem Führer. Bald umringten ihn die Herren seines Gefolges. Man bestürmte den König mit Fragen, doch er blieb stumm und ordnete nur den Aufbruch und die Heimkehr an. Mit seinen Gedanken beschäftigt, ritt König Brunolf an der Spitze des glänzenden Jagdzuges heim. Gedankenvoller als er ausgeritten, kehrte er in sein Marmorschloss zurück. Es war ein köstlicher, herrlicher Sommertag. Gleich Goldstaub flutete der blitzende Sonnenschein über den Schlossgarten. Zu den offenstehenden Fenstern des Marmorschlosses strömte eine Wolke balsamischer Wohlgerüche herein. Was nicht verwunderte, denn an den hochstämmigen Rosenbäumen auf dem großen Rundell nahe dem Schloss waren über Nacht hunderte der allerschönsten Rosen erblüht. Mit ihnen wetteiferte Reseda, Vanille und die dickköpfigen, blütenübersäten Lefkoyen. Prinzessin Frigga stand am Fenster ihrer Stube. Verlangenden Blickes schaute sie hinüber nach dem See, der gleich einer funkelnden Silberscheibe durch die Krone der Parkbäume blitzte. Mit lockender Gewalt zog die Prinzessin hinab in den Garten, der zu dieser Zeit wenig oder gar nicht besucht wurde. Nur die Vögel musizierten in den Zweigen und die fleißigen Bienchen sowie die dickbäuchigen Hummeln summten von einem Blütenkelch zum anderen und die leicht beschwingten Schmetterlinge flatterten in luftigem Spiel über die weiten, sonnenbeschienenen Rasenflächen. Frigga blickte nach der Sonne auf. Sie stand schon ziemlich hoch am Zenit. »Wollen Hoheit mir nach dem Musiksalon folgen?« Gräfin Altens Stimme riss Frigga aus den allerschönsten Träumereien. Noch einen langen, sehnsüchtigen Blick warf sie hinab in den Garten. Dann folgte sie ihrer Oberhofmeisterin, die steif wie eine Pagode vor ihr herging. Kalte, eingeschlossene Luft strömte den Eintretenden entgegen. Bittend blickte die Prinzessin zu ihrer Begleiterin auf. Doch die Gräfin schien die beriette Sprache dieses blauen Augenpaares nicht zu verstehen. »Hier, diese Etüde bitte ich, Eure Hoheit zu studieren. Ich ziehe mich inzwischen zurück, um Eure Aufmerksamkeit nicht durch meine Anwesenheit abzulenken.« Frigga war todunglücklich. Der elegante Musiksalon erschien ihr gleich einem düsteren Kerker. Zu ihrer Erholung und besonderen Freude sollte sie sich ein langweiliges Musikstück einüben, während draußen im Garten die Blumen blühten und die Vögel zwitscherten. Und drunten am Ufer des Sees, dort sollte ihr das Allerschönste warten. Was das war, wusste die Prinzessin nicht, nur dass es etwas Wunderbares nie geschautes sein musste. Daran zweifelte sie keinen Augenblick. Gräfin Alten benutzte die Zeit, während Frigga an den Flügel gebannt saß, zur Toilette für die Mittagstafel, zu der sie nach der Hofetikette in größter Gala erschien. Damit nun die Prinzessin nicht wieder wie gestern Nachmittag entwischen konnte, lehnte die Oberhofmeisterin die Verbindungstür zwischen Musikzimmer und ihrem Ankleidezimmer nur an, sodass sie die Übungen der Prinzessin bequem überwachen konnte. Allein die Prinzessin war noch schlauer gewesen. Sie beorderte ihre kleine Zofe Mechtheld, die Tochter des Hofkantors, an den Flügel, mit dem Befehl, nicht von der Stelle zu weichen, bis Frigga zurückgekehrt sein würde. Mechtheld versprach zu gehorchen, und beruhigt durch das ununterbrochene Klavierspiel der Prinzessin vollendete Gräfin Alten in aller Gemütsruhe das schwierige Werk der Galatoilette. Währenddem flatterte Frigga einem weißen Schmetterling gleichend durch die entlegensten Gänge des Schlossgartens. Sie hoffte, ohne bemerkt zu werden, das Ufer des blauschimmernden Sees zu erreichen, und ihre List gelang. Am Ende einer schattigen Allee schimmerte der Spiegel des Sees auf. In holder Erwartung klopfte der Prinzessin das kleine Herz. Sie hatte ja die letzte Nacht vom Fischerknaben Heinz geträumt. Ihre Sehnsucht, den Knaben zu sehen und zu sprechen, war von Stunde zu Stunde gewachsen. Sobald die Sonne im Zenit steht, hatte die alte Frau im Turmgemach gesagt, und nun stand die Sonne hoch am wolkenlosen blauen Himmel. Vor Friggas staunenden Augen lag der See. Ringsherum standen altehrwürdige Buchen, deren Wipfel wie von einer unsichtbaren Gewalt gezogen, sich weit hinüber auf die schimmernden Fluten neigten. Frigga stand auf einem weit in den See hineinragenden Balkon mit niederer Balustrade. Zu ihren Füßen spielten zahllose Gold- und Silberfischchen, deren ununterbrochene Beweglichkeit die Königstochter belustigte. Allein bald wurde Frigga es müde, dem Spielen der Fischlein zuzuschauen. Dabei fiel ihr das Glöckchenspiel ein. Sogleich nahm sie es zur Hand. Leise, fast zaghaft strichen ihre Finger über die niedlichen Silberglöckchen. Frigga lauschte. Wie schön das klang! Nie im Leben hatte die Prinzessin so reizende Melodien vernommen. Und siehe da! Kaum, dass die ersten Töne über den See hin schwebten, da schwammen auch schon wie magnetisch angezogen die leuchtenden Gold- und Silberfische gegen seine Ufer. In dichten Streifen standen sie bewegungslos. Ja, Frigga hätte darauf schwören wollen. Ihr schien, als höben sich tausende von blitzenden Köpfchen hoch aus dem Wasser hervor. Der Klang der Silberglöckchen lockte auch die übrigen Fische des Sees herbei. Doch nicht allein die Fische, die Enten, Wasservögel und Wildgänse bewegten sich dem Ufer zu. Sogar die stolzen schwarzen und weißen Schwäne, die in stiller Majestät sich abseits von den übrigen Vögeln hielten. Sie änderten ihren Kurs und schwammen herbei. Atemlos vor Staunen beobachtete Frigga die Wirkung ihrer Klöckchenmusik. Belustigt lachte sie auf. Die Eile und Hast der Tiere, das Ufer zu erreichen, wirkte oftmals verblüffend komisch. Besonders einige Wildgänse hatten es so eilig, dass sie flügelschlagend auf dem Wasser daher sausten. Unmassen von Fischen und Vögeln waren schon um die Prinzessin versammelt. Nur Heinz zögerte noch immer. Hatten die Klöckchen nicht die Kraft, den Fischerknaben herbeizulocken? Schon huschte ein betrübtes Schmollen über Friggas Antlitz. Da schrie sie vor Entzücken laut auf. Um den Felsenvorsprung litt ein Narren und darin saß, der erwartete. In der Freude ihres Herzens bog sich Frigga unvorsichtig weit über das niedrige Geländer des Altans, sodass sie das Gleichgewicht verlor und kopfüber in den See stürzte. Frigga stieß einen weithin schallenden Schrei aus, dann schlugen die Wellen über ihr zusammen. Glücklicherweise war Heinz Nachen schon dem Ufer nahe gekommen. Ohne sich zu besinnen stürzte der Fischerknabe Frigga nach in die Tiefe. Es glückte ihm, ihr weißes Spitzenkleid zu fassen und die leichte Gestalt mit seinen Armen emporzuziehen. Aber auch im Marmorschloss hatte man Friggas Angstschrei gehört. König Brunolf voran eilte das Hofgesinde nach dem See. Sie kamen gerade zurecht, als Heinz triefend und pudelnass mit seiner Last das steile Ufer emporklomm. Unzählige hilfreiche Hände streckten sich dem kühnen Retter entgegen. Allein die Prinzessin, die inzwischen wieder zum Bewusstsein gekommen war, schlang ihre Arme um Heinz' Schulter, sich fest an ihn klammernd. So musste der Fischer Heinz die Prinzessin auf seinen Armen in das stolze Königsschloss tragen. Stürzte Gräfin Alten aus dem Portal des Schlosses. Das Blut erstarrte ihr zu Eis. Prinzessin Frigga in den Armen eines ärmlich gekleideten Fischerknaben. Lasse die Prinzessin los, du beschmutzt ihr Kleid. Deine Jacke ist zerrissen und abgetragen. Und dann gehe. Im Schloss ist für Landstreicher kein Raum. Gehorsam ließ Heinz die Prinzessin von dem Arm herabgleiten. Allein Frigga trat zornglühenden Auges vor ihre erschrockene Oberhofmeisterin. Und Heinz an der Hand fassend rief sie befehlend. »Heinz, bleib bei mir, ich will es!« Dann setzte sie leise bittend und sich zu König Brunolf wendend hinzu. »Nicht wahr, Vater? Du erlaubst es, dass Heinz bei mir bleibt und neben mir an der Tafel speist.« »Gewiß, Frigga, dein dankbares Herz lehrt dich, den rechten Weg einzuschlagen, deinen Lebensretter zu belohnen. Folge der Prinzessin Heinz, du bist mein lieber Gast, und niemand soll dich deiner Armut wegen mit schälen Augen ansehen.« Gegen des Königs Gebot wagte niemand, Einspruch zu erheben. Ja, die Gräfin Alten bemeisterte ihren Krüm so weit, dass sie Heinz mit einem tiefen Hofknicks zum Nähertreten einlud. Wer war glücklicher als Prinzessin Frigga, die kurze Zeit nachher an Heinz' Seite zur Hoftafel schritt? Ihr liebliches silberhelles Lachen tönte durch den hohen Speisesaal, Frohsinn und Heiterkeit auf dem ernsten Gesicht ihres Vaters hervorzaubernd. Rascher als gewöhnlich verging Frigga der Tag. Schon sank die Dämmerung herab, und noch hatte sie Heinz nicht alle ihre Schätze, ihre Blumenvögel und schönen Bücher zeigen können. Je mehr die Sonne sank, desto stiller wurde Heinz. Angstvollen Blickes beobachtete er den Zeiger einer großen Kuckucksuhr. Was ist dir? Hab ich dich geärgert? fragte die Prinzessin, ihre Hand auf Heinz' Schulter legend. Unwillkürlich zuckte der Knabe bei dieser Berührung zusammen. Du nicht! Ich habe eine Wunde am Hals, setzte er, sich entschuldigend hinzu. Weshalb hast du mir das nicht früher gesagt? Unser Hofarzt hätte dich verbunden. Aber du stehst auf, du willst doch nicht gehen? fragte Frigga, angstbewegt. Ich muss jetzt heimkehren, versetzte Heinz traurig. Aber nein, mein Vater hat mir versprochen, dass du immer, immer bei mir bleiben darfst. Und mein Vater hält sein Wort. Bleibe bei mir, sagte die Prinzessin in zärtlichen Tönen. Heinz neigte sein Haupt. Frigga sah, wie ihm heiße Tränen in die Augen schossen. Ich darf nicht. Ein mächtiger Zauberer hält mein Leben in seiner Hand. Nur jede Woche darf ich einen Tag lang als Mensch unter Menschen weilen. Die übrigen Tage bin ich hinaus in den Wald gebannt und muss als Rehbock, fiel König Brunolf überrascht ein. Der König war unbemerkt eingetreten. Er hatte die letzten Worte von Heinz gehört. Der Fischerknabe nickte und der König fuhr fort. So bin ich dir gestern durch den Wald gefolgt. Der böse Zauberer versucht mich zu töten. Du hast mich gestern aus den Klauen des grausamen Unholdes gerettet. Ja, du hast ihn schwer verwundet. Doch noch lebt er. Ich darf ihn durch mein Ausbleiben nicht noch mehr erzürnen. Um Mitternacht ist meine Zeit, Mensch zu sein, abgelaufen. Liebe wohl, Frigga, lange acht Tage hause ich nun im wilden Wald. Mit großen, weit geöffneten Augen hatte Frigga bald ihren Vater, bald Heinz, angeschaut. Dann plötzlich umklammerte sie Heinz mit zärtlichem Ungestüm. Bei ihrer raschen Bewegung fielen die Silberklöckchen zur Erde. Leise, kaum vernehmbar schwebten die lieblichen Silbertöne durch das Gemach. Im selben Augenblick sprang die Zimmertür auf und hereintrat die wunderliche Frau aus dem Turmgemach. Sie reichte König Brunolf ihre Hand. Dann trat sie zur Frigga. Du hast mich gerufen, Prinzessin, was wünschest du? Hilf mir, ich will Heinz nicht ziehen lassen, denn ich habe ihn ach so lieb. Ein feines Lächeln verklärte das Antlitz der Kreisin. Dann nickte sie und stülpte eine mächtige schwarze Hornbrille auf die Nase und zog ein stark zerlesenes Buch aus der Tasche. Vielleicht findet sich in diesem Buch ein Mittel zur Erlösung des armen Heinz. Seite um Seite schlug die alte Frau um. Frigga verging fast vor Ungeduld, dennoch wagte sie die Turmalte nicht zu stören. Es gibt ein Mittel, Heinz zu erlösen, bemerkte diese langsam und feierlich. Was kann ich tun, um den bösen Zauber zu brechen? fragte Frigga voll zärtlichen Eifers. Gemach, Gemach, Prinzessin. Es ist ein schwieriges Ding, das du unternehmen willst. Nur wer Mut, Opferfreudigkeit und ein treues, reines Herz besitzt, dem kann die Erlösung gelingen. Doch höre, der böse Zauberer ist zwar verwundet, dein Stoß, König Pronolf, traf ihn mitten in sein schwarzes Herz. Doch noch ist er mächtig und sind auf Rache. Er wird versuchen, Heinz diese Nacht zu vernichten. Aber das Mittel, das Mittel, gute Frau! Ganz allein, ohne Begleitung musst du zur mitternächtlichen Stunde in den Zauberwald gehen. In seiner Höhle liegt der Unhold. Er brütet schreckliche Rache. Furchtlos musst du in die Höhle eindringen und dem Zauberer den rotleuchtenden Stein entreißen, den er an einer dicken goldenen Kette um den Hals trägt. Hast du den Zauberstein gewonnen, so fliehe, fliehe, ohne dich umzuschauen aus der Höhle. Hinter dir mag geschehen, was will. Kehre dich nicht daran, sondern fliehe, so schnell dich deine Füße tragen. Jedes Zögern bringt dir gewissen Tod. Die Turmalte schlug ihr Buch zu. Erwartungsvoll schaute sie zur Prinzessin auf. Friga, mein Kind, bedenke, was für Gefahren dir im Wald drohen. Rief König Brunolf. Ich beschwöre dich, bleibe bei mir. Schon der Anblick des Wolfsmenschen wäre dein Tod. Die Prinzessin legte ihre kleine Hand auf den Arm ihres Vaters. Gib dir keine Mühe, Vater. Ich darf nicht zögern zu gehen. Bedenke, in meiner Hand liegt die Rettung meines geliebten Heinz. Und ich sollte überlegend an meine Sicherheit denken? Mein Vater, so gering denkst du nicht von deiner Tochter. König Brunolf bezwang seinen Schmerz. Er sah, Friga war fest entschlossen zu gehen. Vergiss die Silberklöckchen nicht, ermahnte die Turmalte. Und hier, nimm noch die drei Rattenhaare. Bewahre sie wohl, sie könnten dir von Nutzen sein. Setzte sie Friga ein zierliches Holzschächtelchen überreichend hinzu. Dann glitt die Turmalte wie ein grauer Schatten aus dem Gemach. Auch Friga stand zum Gehen bereit. Zum Schutz gegen Wind und Wetter schlug sie ein dunkles Tuch um ihre Schultern und in der Hand trug sie die Silberklöckchen. So gerüstet trat sie den Weg zum Zauberwald an. Wohl klopfte ihr das Herz, als der letzte Schimmer der Schlosslaternen hinter ihr verklommen war. Sie trat in den Wald, hochtroben in den Wipfeln der Waldbäume, rauschte und raunte es. Friga schien es, als liefen ihr unsichtbare Gestalten zur Seite, die ihr Vorwärtsschreiten zu verhindern suchten. Fledermäuse huschten gespenstig mit den Flügeln schlagend an ihrem Gesicht vorüber. Ehrlichter und Irrwische gaukelten vor ihr her. Sie versuchten, die Prinzessin vom rechten Weg abzudrängen. Allein Friga achtete nicht auf die bösen Gesellen der Nacht. Als ihr der Geisterspuk zu toll wurde, zog sie ihre Silberklöckchen hervor. Leise begann sie zu spielen, und siehe da, die bösen Nachtgeister fuhren mit Gebrüll in ihre geheimnisvollen Verstecke zurück. Die Dunkelheit lichtete sich, und zwischen den Zweigen der Waldbäume lugte vertrauneinflößend die goldene Scheibe des Mondes hernieder. Im Schein des Mondlichtes bemerkte Friga, dass sie nicht mehr allein war. Zwar kein menschliches Wesen begleitete sie auf ihrem mitternächtlichen Gang durch den Wald, doch Rehe und Hirsche, gefolgt von ihren Jungen, drängten sich in Frigas Nähe. Langohrige Hasen hüpften herbei, und eine Schar leicht beschwingter Waldvögel zog oben in den Zweigen der Bäume mit. Außer den Vögeln begleiteten Friga auch schöne bunte Sommerfalter, dickköpfige Käfer und schlanke Libellen. Die Prinzessin verlor jede Furcht. Der Klang ihrer Silberklöckchen verscheuchte alles Unreine und Böse aus ihrer Nähe, und da die Waldtiere Weg und Steg in ihrem Revier kannten, so kam Friga viel früher als sie gedacht vor der Höhle des bösen Zauberers an. Schon von Weitem vernahm Friga sein zorniges Schnaufen und Grunzen, das klang, als würden Riesensteine zu Staub zermahlen. Lauschend blieb die Prinzessin vor der Höhle stehen. Allein nur einen Augenblick zögerte die mutige Retterin. Heinz hatte sich am Morgen auch nicht besonnen, sondern war ihr in die Tiefe des Sees nachgetaucht. Schnell entschlossen zwängte sich Friga durch den engen von Steintrümmern gebildeten Eingang der Wolfshöhle. In der Höhle war es ziemlich dunkel. Die Tiere mussten draußen vor der Höhle zurückbleiben, nur einige Johanniskäferchen waren Friga gefolgt. Die kleinen niedlichen Laternenträger umschwebten die Prinzessin, die nun das Lager des Wehrwolfs in einer Ecke entdeckte. Die Bestie schlief, röchelnd zog der Atem durch seine verwundete Brust. Leise, vorsichtig schwebte Friga auf den Zehenspitzen nach dem Wolfslager zu. Wohl klopfte ihr das Herz, wohl rieselte ihr es eisig kalt durch die Glieder. Der Anblick des schlafenden Ungeheuers war auch grauenhaft und furchterregend. Besonders sein Gesicht, das menschliche Züge trug, erschreckte Friga. Böse Träume mussten den Wehrwolf ängstigen. Er grunzte und knurrte im Schlaf und wälzte sich ruhelos von einer Seite zur anderen. Bei einer hastigen Bewegung entdeckte Friga den rotleuchtenden Zauberstein, welcher dem Unhold übernatürliche Kräfte verlieh. Der Stein funkelte in dämonischem Feuer und höllischer Klut. Ihre Angst beherrschend tastete die Prinzessin nach dem Geschmeide und erbleichend bemerkte sie, dass die Glieder einer schweren goldenen Kette das Kleinod umschlossen. Enttäuscht zog Friga ihre Hand zurück. Wie und wo sollte sie die bis zum Erdboden hinabschleifende Kette zerbrechen? Hier war guter Rat teuer. Was tun? Ehe die Mitternachtsstunde schlug, musste Friga im Besitz des Zaubersteins sein, sonst verfiel Heinz wieder auf sechs Tage dem Zauberbann des Wehrwolfs. Die Prinzessin kämpfte mit den hervorbrechenden Tränen. Sie war sich ihrer Schwäche bewusst. Und die Silberklöckchen durfte sie hier nicht zu Hilfe nehmen, ihr heller Klang hätte den Unhold aufgeweckt. In Schmerz vergehend kniete Friga neben dem Lager des Wolfes nieder. Dabei fiel das von der Turmalten erhaltene Holzschächtelchen zu Boden. Friga öffnete es. Da fielen ihr die Rattenhaare in die Hand. Kaum berührten ihre Fingerspitzen die borstigen grauen Rattenhaare, als es vernehmlich neben ihr raschelte. Und Friga hätte beinahe vor Schreck laut aufgeschrien. Zwei riesenhafte Ratten hervorschlüpften. Mit ihren feinen spitzen Zähnen nagten sie an der goldenen Kette. Und in einem Augenblick war eines der festen Goldglieder zerstört. Behutsam löste nun Friga den Zauberstein von der Kette. Der Wehrwolf schien trotz des Schlafes ihre Nähe zu fühlen, denn er bewegte sich. Friga erschrak. Doch blieb ihr noch so viel Geistesgegenwart, den Zauberstein aufzunehmen, und eingedenk der Warnung der Turmalten floh sie dem Eingang der Höhle zu. Aus dem Hintergrund der Höhle ertönte ein furchtbares Getöse und Gepolter, als ob Riesen mit Felsen Fangball spielten. Dazwischen gelte die vor Wut heißere Stimme des Wolfes. Auch zahllose, hohe und tiefe Stimmen mischten sich in den Höllenlärm. Ohne sich umzuschauen erreichte Friga den Eingang zur Höhle. Als sie sich durch den engen Spalt der Höhlenöffnung zu drängen versuchte, erweiterte sich plötzlich der Eingang. Die hohen steilen Felsen traten zurück. Wie erlöst atmete Friga auf, als sie wieder heil und gesund unter den hohen Waldbäumen stand. Ihre Angst löste sich in einem leisen Aufschluchzen. Weinend bedeckte sie die Augen mit den Händen. Plötzlich trönte die Erde unter ihren Füßen, unterirdisches Donnern folgte. Friga blickte auf, sie stand wie geblendet. Die Wolfshöhle war verschwunden, an derselben Stelle stand ein stolzes Fürstenschloss. Friga staunte, wachte oder träumte sie. Das Schlosstor stand weit offen. Reichgeschmückte Herren und Damen traten von hellem, glänzendem Fackellicht angestrahlt aus dem Schloss. Ein schöner Jüngling löste sich aus der bunten Menge. Hoheitsvoll winkte er mit der Hand, die Herren und Damen zogen sich zurück. Friga, Heinz, Heinz, schrie die Prinzessin vor Entzücken auf. Ich danke dir, Friga, durch deine mutige Tat hast du mich und mein Volk aus der Hand eines mächtigen Zauberers erlöst. Der Unhold ist tot, er konnte den Verlust seines Zaubersteines nicht überleben. Ich bin frei, frei, stammelte Prinz Heinrich seiner Retterin die Hand reichend. Und jetzt folge mir, ich führe dich heim in das Schloss deines Vaters, dessen höchster Wunsch heute durch dich erfüllt worden ist. Statt einer Tochter besitzt er nun zwei Kinder. Vorsorglich geleitete Heinz seine Gefährtin durch den stillen Wald zum Marmorpalast des Königs Brunolf. Und wieder, wie vorher, gaben die Tiere des Waldes, die Vögel in den Zweigen, die Käfer, Schmetterlinge und Libellen, Friga das Geleit. Doch jetzt bemerkte sie die treuen Tiere nicht. Hand in Hand und Auge in Auge schritten die beiden Glücklichen durch den leise rauschenden Wald. Untertitelung des ZDF für funk, 2017